Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Er zeigt den Vorteil an, Sie können weiterspielen. Was ist mit dem Vorteil? Foul, aber Vorteil. Geht erst mal weiter. Die Chance auf den Konter. Oh! Ja! Wichtig! Ich bin der Beste. Gut gemacht. Come on. Ich will nicht gegen die verlieren. Das Blut hinten am Rücken, Digga. Guck mal. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Durch mit dir, Philipp. Was? Ganz genau. Sie sollen jetzt in unser Pressing spielen. Ja. Chance zur Führung! Ja, ja, ja. Nee. Schade. Nice try. Warum macht er sich die Hand weg, hä? Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Jetzt ist die Kugel weg. Philipp, was machst du? Was machst du da hinten, Philipp? Philipp! Philipp! Was machst du denn? Digga, das kann jetzt nicht denn ernst sein. Ah. Ah, fuck. Philipp! Er macht den Embryer Classic, Digga. Er dribbelt in der Innenverteidigung. Sie verändern den Ball. Äh! Ey, lass das richtig aus. Und jetzt dieser tolle Steifer. Ja, der ist Platz jetzt. Du 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 du. Ja, mach das schon. Mach das schon, der macht mich fertig wirklich. Mein Laptop ist Shutdown, Digga. Der ist so scheißegal, der Laptop. Was machst du? Was hat das denn mit dem Laptop zu tun? Du spielst doch auf dem Playzie. Das ist ein Sterben, der Laptop. Mir scheißegal. Ist auch einfach. Es ist aus, einfach. Ich kann nicht sehen. Du kannst nicht sehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich kann nicht sehen. Hä? Tschüss. Jaaaah! 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 Pfff! Digger, Philipp hat seinen Laptop gestört, obwohl er über einen Monitor spielt hier und kann nicht spielen. Jaaaah!